Herzlich Willkommen zur 64. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, Aufgabe heute ist, den Munar Alpha Richtung Mund zu bringen. Und da ist unsere Bahn, ist noch drin, wunderbar. Ja, dann wollen wir doch mal da gleich reingehen. Unser Ziel ist also dahin. Der Dralo hatte mir geschrieben, dass das jetzt gerade auch die ideale Bahn ist. Ja, da fliegen wir. Gehen wir in die Karte rein. Die ist nämlich viel interessanter. Da oben kommen wir dann hin. Der hatte mir den Mund... Wenn ich hier drauf klicke... Ne, da kann ich nicht den Mund anklicken. Dann sehe ich das nicht. Da den Mund anklicken. Focus View. Okay, dann sehe ich das, wie der dann nachher drum herum kommt. Alles klar. Und Backspace komme ich wieder zu meinem Satelliten. Alles gut, das habe ich jetzt drin. So, das bedeutet, wir müssen jetzt bis zu dem Manöver fliegen. Dann machen wir den NavPol hier unten auf und steuern die ganze Geschichte von hier. 40 Minuten, da können wir noch ordentlich vorspulen. Okay. Geht. Oh. Der war aber schnell jetzt. So, 13 Minuten. 7 Sechse. Ach, wir müssen noch schnell ausrichten, ne? Äh, ja. Jetzt doch nicht, das geht jetzt hier irgendwas nicht. Ah, klar geht nichts, weil wir wieder so schnell unterwegs sind. Ah, blut da mal noch 3 Minuten Zeit. Warte mal, machen wir das SHS an. Dann kriegen wir das auch ganz locker da rein. Ich glaube, so ist optimal. Dann können wir nochmal wieder ausmachen. Drei Minuten haben wir noch. Können wir noch ein bisschen vorspulen. Zwei, zweieinhalb, zwei, anderthalb, eine Minute. Gehen wir runter auf zwei Stufen. 40, 30, 15. So, dann müssen wir gleich Gas geben, ne? Neun. So, ich hoffe, ich verpasse da gleich nichts. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen, sonst sind wir hinterm Mund. Und das ist nicht gut. Ich mach mal jetzt schon mal das. Ah, die Taste X ist dann nachher wichtig, ne? Oder über das. Stoppen wir die Engine sofort. Das läuft besser. Gut. Ich mach ein bisschen weniger Schub. Das kann ja auch die Entfernung nicht so schlimm sein, oder? Und... Ah, hab ich mich erschrocken. Aber das ist dann die neue Bahn, die dabei rauskommt, ne? Würde ich sagen, oder? Was haben wir denn hier so alles? Mundperiapsis ist da. Lass mal auf den Mund fokussieren. Und die ist dann momentan so. Ne. Oder? Das wären 400.000 und 76 wäre der Plan gewesen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Gas gebe, dann sehe ich ja, dass es besser wird. Gut. Ich glaube... So lassen wir's. Wunderbar. Gut. Das bedeutet, wir können den Backspace drücken, dann sind wir wieder auf unserem Gerät. Wir können das hier entfernen, weil wir die Flugbahn jetzt vollkommen erreicht haben. Das bedeutet, wir müssen jetzt vorspringen bis dahin, oder? Hat doch gut geklappt, oder? Da fliegen wir mal los. Richtung Mund, ne? Oh, jetzt hakt irgendwas. Da würde ich mal lieber langsamer machen, bevor mir hier was abstürzt. Keine Ahnung, warum das jetzt so war. Man sieht jetzt auch grad nicht, wie weit man ist, weil der Körbin weg ist, ne? Okay, jetzt ziehen wir mehr. Ah, ich hab so ein bisschen Bange, dass ich übers Ziel hinausschieße wieder, ne? Aber eigentlich kann ja nichts passieren. Bis jetzt. Geht ja noch alles. Innen fliegt's irgendwie langsam, oder? So, da kommt der Mond um die Ecke. Ja, noch ein bisschen weiter. Ich will hoffen, dass es so gut alles läuft. Ich glaub, einen schneller kann ich auch noch machen. Und dann... kriegen wir das schon hin, oder? Ich hab so ein paar Geräusche im Mikro. Ich will hoffen, dass das in der Aufnahme nicht total schlecht ist mit dem Ton. Ab und so knistert das hier. So. Gut. Jetzt muss es gleich umspringen, wenn wir mal am Ziel da sind. Und... Gott, wir sind in der Nähe des Munden. So, jetzt, äh... müssen wir hier an der Peri-Apsis... Das hat er doch geschrieben, ne? Der Dralo. Ich bin auf einfache Geschwindigkeit, naja, gut, alles klar. So. Ja, auf der Peri... Apsis... Machen wir ein Manöver rein. Und... Gucken zu, dass wir dann... hier abbremsen. Und dann sollten wir da... so... unseren Orbit passend verkleinern können, oder? Was haben wir jetzt? 174.000... 124... 116... Ah, ne, jetzt wird der kleiner. Okay. 30... 29... 23... 18... Lassen wir ihn so. Gut, das bedeutet... 1 Stunde 36 Minuten vorspulen. Aber wir müssen wieder ausrichten. Das machen wir vielleicht erst, bevor wir da loslegen. Das gerade an. So, ich glaube, dann passt's. Gut. Dann müssen wir auf die Zeit wieder gucken. Schneller. Dahin. Oh, dann wird's aber fix, ne? Und nicht, dass wir am Ziel vorbei sind. Dann haben wir ein Problem. Einer geht aber noch. 25 Minuten. Komm, einer noch. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Machen wir langsamer. Wir sind ausgerichtet. Passt eigentlich alles. Ja, die Zeit läuft noch runter. Über unter einer Minute. Machen wir langsamer. 30. Gut. Und dann müssen wir gleich Gas geben, ne? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 4. Lass uns loslegen, oder? Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Weiter. Näher ran. Ah, die X-Taste in der Hand, ne? Und die Apoopsis auch in der Nähe. So. 500, 400, 300. Achso, der wandert ja gleich irgendwie seitlich weg dann, ne? Weil die andere Seite ja weiter ist. Und dann muss ich das so in der... 90 Grad versetzt, müsste es ja dann passend sein. So, jetzt geht er nämlich hier rüber. Und hier irgendwo müsste es eigentlich... Ne, ist es nicht. Ach doch, passt schon. Ah ja, wir wollten ja auf... Wir wollten ja auf... Sag schon. 18.000. Und die da oben ist jetzt unser Entscheidendes. So, 18.000. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Warte mal, dann machen wir mal eine... Das ist unser Ziel da unten. Und das ist es, die Realität. Gut. Mhm. So, 20 noch mal. So, ungefähr passt's. So, das bedeutet, das Manöver hier kann definitiv weg. Wir haben jetzt hier die 103. Das heißt, wir drehen jetzt wieder. Können wir mal ein bisschen näher gehen. Eine Runde rum. Wie sieht denn das so mit Solarpanels und so aus? Okay, das sieht jetzt nicht so gut aus. Aber wir müssen ja gleich... Die Sonne scheint da. Was ist mit Strom? Strom war unser Problem. Ist aber genug da. Okay, wir haben da was erreicht. Das ist Körbin. Das ist nicht der Munde. Der Munde ist hier ganz groß. Da. Cool. Okay, das bedeutet jetzt... Bis zur... Perreabsis wieder vorfahren. Fliegen. Machen wir noch einen schneller. Wir können ja jetzt... Ist ja egal. Jetzt können wir auch mal vorbeifliegen oder sowas. Wir würden ja wieder hinkommen. So. So. Und dann... Halten wir da mal ein bisschen an. Und dann müssen wir noch ausrichten, ne? Wir müssen entgegengesetzt fliegen, ne? Würde ich jetzt mal sagen, oder? Also da hin. Das war zu viel des Guten. Das mal anmachen. So. Und wieder aus. Und jetzt müssen wir einmal brennen, dann müsste das kleiner werden, ne? Tut's auch. Wunderbar. Dann gehen wir da nochmal auf... 18 waren wir. Und jetzt 20 waren wir. Super. Ach... Ah ja, jetzt wandert er wieder rüber. So. Da hatten wir 18. 20. Und da sind wir bei 15. So. Das ist das erste Ziel, was wir erreicht haben. Das ist doch schon mal cool. So. Das ist jetzt die Vorbereitung auf die Landung. Ja. Hier Navballs zur Face umstellen, hat der Kollege Drado gesagt. Habe ich gemacht. Äh... Ja, wir können jetzt auch noch weiter runter, aber... Jo. Achso, wir müssen definitiv die Beine ausfahren. Die stand auch irgendwo. Wir sind auch schön in der Sonne. Lower legs. Ach, die gehen alle gar nicht... Wahrscheinlich kann man da irgendwie die Shift-Taste drücken oder so. Und dann geht das doch... Dass alle auf einmal ausfahren, ne? So. So, die Vorbereitungen sind getroffen. Und dann hat der Drado mir den Tipp gegeben, aufs Triebwerk zu gehen und dort auf 25% runter zu gehen. Weil dann ist die Reaktion des ganzen Gerätes nicht so auf dem... Sag schon, äh... Das ist ja eine andere Anziehungskraft wie auf dem Körbel und so. Und das ist dann wohl besser. Gut. Das sind schon mal coole Sachen, die wir da geschafft haben, oder? Archiv Goal. Ähm... Ja. Können wir jetzt hier noch ein paar Tests machen? Ich denke schon, oder? Oder haben wir die letztes Mal schon gemacht? Temperatur messen? Nee. Können wir hier machen. Äh... Können wir senden, oder? Coole Antenne. Ich glaube, die zeigt in die voranschaue Richtung. Aber das ist ja halt nur so ein Gimmick, ne? Wie sieht's mit der Batterie aus? Die wird auch langsam wieder geladen. Okay. Hat also funktioniert. Was haben wir denn hier dran, ne? Ach, das ist ein Protovoltaik-Panel. Ich wollte gerade sagen... Dann haben wir hier noch das Barometer. Und da geht auch. Und dann machen wir das gleiche wie mit dem anderen. Nehmen wir auf. Ich hoffe, das war alles so richtig. Gut. So weit, so gut. Mehr ist nicht dran. Ein Gucanister haben wir nicht. Die beiden Sachen haben wir ausgetestet. Sollte funktionieren. Ach, wenn man jetzt hier sieht, ne? Dass die Beine da... Das ist, glaube ich, der zweite... Punkt, wo es eigentlich an irgendeinem Gehäuse fest sein sollte. Beim eingefahrenen Zustand sieht man das so nicht, ne? Oder? Na? Na? Ne, da meint man, das ist alles gut. Und ich hoffe, die brechen dann nicht ab. Das wäre fatal. Mal. Ja, wie genau ist das Spiel, ne? Okay. Müssen wir riskieren. Gut. Dann, denke ich, sind wir da schon mal so weit, dass das klappt. Ich gehe mal gerade ins Space Center rein und gucke mal gerade, ob da irgendwelche Missionen sind, die wir da gerade noch haben. Irgendwie hatte der Dralo das auch geschrieben. Da hinten rein gucken. Rescue from Orbit. Sign Startup from Space. Irgendwann. Kurven-Präsident-Satellit in Space-Satellit. Ja, okay. Return to Kurven from Orbit of the Moon. Das heißt, den müsste ich eigentlich auch annehmen, ne? Aber ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Wenn wir nachher wieder starten, machen wir den Orbit, aber... Ne, ich glaube... Ach, wir nehmen das einfach an. Gucken, ob es gebrauchbar ist oder nicht. Wunderbar. So. Das war's erstmal für die Folge, denke ich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal, wenn wir die Landung durchführen, auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Nichts. Sonst. ... Untertitelung des ZDF, 2020